Längerem und jetzt kann ich Schlüssel nicht immer umdrehen. Weißer muss ich erst so links, rechts, links, rechts bis das aufgeht. Achso. Tag irgendwie. Egal. Scheiße auf mein Schloss. Fertig. Oh, perfekte Starthand hier. Janina bracht mir. WTF. Jaina, nicht Janina. Was ist los mit dir, Gustel? Janina bracht mir. Wo ist eigentlich Bora, das Fläumchen? Bora ist nur im Stream. Im Streamrino. Ist nur ein Stream. Spiegelbild? Da sagst du nichts, wa? Sag ich doch Spiegelbild. Hahaha, der Pisser. Wozu sag ich nichts? Ich hab gesagt, wer guckt schon deinen Stream? Ja, momentan werden mir 8 Leute angezeigt. Du bist auch dabei, du Arsch. Ja. Haha, bin ich gar nicht. Haha, bin ich gar nicht. Haha, bin ich gar nicht. Du kannst keine Gummibärchen essen. Bist du ein Spiegelad oder so? Du kannst keine Gummibärchen essen. Bist du ein Spiegelad oder so? Bist du ein Spiegelad oder so? Bist du Minecraft Tina haben? Nach welchem Kommentar? John Wick ist wohl an mir, was? Ist wohl irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hab noch nichts davon gehört. Was, du kennst dich John Wick? Was ist los mit dir, Tina? Echt? Wir reden doch von dem John Wick, oder? Dem Tier. Ja. Hä? 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 Dem 72 Stunden Männchen oder was das ist? Was? Was schlaberst du, Con? Was schlaberst du? Macht ihr den jetzt kaputt oder nicht? Ist egal, gucken wir mal. Das war's. Ja. War klar. Ich geh mir nicht auf den Sack, ey. Ich glaube, ich schicke dich mal für zwei Wochen zum Onkel Luxor. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Warum nicht? Darum. Wir haben hier zwei Nervensägen. Ja und? Bei meiner ist keine Nervensäge. Ich will einfach nur kuscheln. Ja. Meine wollen auch immer nur kuscheln. Und trotzdem Nervensägen. Ja. Und dann höre ich. Ey. In den Kater von der Schokolade weg. Ist einfach so. Kann der Pisser da mal irgendwas ausspielen jetzt bitte? Jetzt sagt er ja gar keine Regenbogen mehr. Hallo Jan. Hi. WB Jan. Schön, dass du auch mal wieder da bist Jan. Ich hab doch gesagt zehn Minuten. Ich hab doch gesagt zehn Minuten. Von aber zwölf Minuten an jetzt. Ja Jan verstehe ich auch gerade nicht. Hä? Hast du das Ding noch gedreht? Welches Ding? Regenbogen? Nee, nee. Hast du noch gewonnen? What the fuck, alter. Mal los. Fick dich. Nee. Nuxer und Gewinn, alter. Noch eben haben wir ne Runde gewonnen. Witz des Tages. Ja, aber das war wahrscheinlich hauptsächlich wegen dir. Servus, Jesus Christi. Griezi. Ben, fühlst du dich jetzt schon beleidigt? Von wem? Von der Aussage von Con gerade. Ich hab Con nicht zugehört. Der hört noch nie zu, weißer. Von daher kann ich sowas sagen. Dass wir gewonnen haben, war mit Sicherheit nicht deine Schuld. Achso. Nee, das richtig war ja auch nicht so. Ah, Luxor. Ben, Schokoläschen. Guck mal, ich sag zu ihm Schokoläschen und er zeigt noch nicht mal Emotionen. Was ist das für ein kaltes Arschloch? Äh. Uhhh. Konfix. Mhh. Uhhh. Konfix. Er ist gerade koncentrated, weil er gerade verliert, ja? Nee, verlieren würde ich nicht sagen. Guck mal. Im TS hört man so. Mhh. Als ob er Emotionen zeigen würde, aber vor Pizzi hockt er so vollgelangert. So, ich könnte jetzt das Board clean, aber der wird bestimmt... Krasses Tier, oder? Nee, so. Was hat er, der hat einen Eisblock? Spiegelgestalt hat er nicht. Eisblock hat er. Eventuell eine Eifrostrüstung? Richtig, Fritte. Richtig. Nee, den Befehl gibt's bei mir noch nicht. So, den Sechser bitte. Nein, Mann, warum denn den? Ja. Weißt du, was das Problem ist? Was denn? Guck mal, jetzt tut er so oft kalt, ne? Aber wenn ich bei ihm bin, dann will er direkt ran, weißt du? Ob du behindert bist, Gon? Ich hab nichts dafür tun müssen, ey. Sag mal seine Freundin. Die mich auch hier irgendwo? Kann doch jetzt mit Kältosat gar nicht klappen. Es ist an der Zeit. Was ist das denn für eine Pisse, Alter? Der hätt er vorher ausspielen müssen, der spaßt. Hier, Alter. Fick dich. Counter-Spell, oder was? Na klar. Oh, Kater. Oh, Kater, verbiss dich jetzt im Alter. Ich bin konkret von der Arbeit. Ich hab keinen Nerv aufkuschelt. Weißt du, der arme Kater. Ja, der arme Kater. Super. Oh, nice. Deine Freundin? Ja, aber ich will Luxor. Was willst du? Nix. Oh, Bier-Soul. Was ist denn mit dir los? Was treibt denn dich wieder hierher? Ich fass es nicht. Er will dich, hat er gesagt, Mann. Er will dich. Nur mich. Nur mich. Jeder will mich. Ja, es ging darum, von wegen, dass der Kater kuscheln will, aber ich nicht. Und dann meinte er, ja, der arme Kater. Und dann meinte er, ich so, ja, wer kuschelt mit mir? Ach so. Die haben so, ja, deine Freundin. Ich so, nee, aber ich will Luxor. Du kannst verstehen, Alter, ich würde auch noch mich holen. So, man, warum nicht Arthas? So ne Kacke. Was soll er mich schon wieder hertreiben? Die Langeweile. Du alter W.O.W. Zocker. Der hätte Glückser als so ein Typ an, der würde beim ersten Date sogar Meckes fahren oder so. Meckes? Auf jeden Fall wirst du ja dein Sehne mai. Und eine auf Spendierhose hier tun. Großkotzig. Ja, selbstverständlich. Irgendwo muss man ja sparen, oder? So, die kann er haben. Wie wär's mit einem Diener mit zwei Angriffspunkten hier? Pisskopf. Genau so sieht's aus, Jesu Christi. Jan kann mit seinem nicen Auto punkten. Also von nice verstehe ich was anderes. Ich auch. Der sagt so gesehen, was auch. So eine Karo würde das auch nicht einschreiben. Nichts wie, nix wie, nix wie O.W. Diablo 3. Was? Nein! Du spielst keinen W.O.W. mehr, B.A.S.Hol? Keine Fantasy 15, das hab ich auch gesehen. Der ist mein Alter, unser Alter, ne? Und der stellt sich da erstmal ein CLA, AMG auf den Hof. Ja, ooooh. Das witzige ist unsere Geschäftsführung, fährt mit Maximal, mit dem Tigran vor den Hof. Und so ein blöder Fachassistent, bestellt sich das CLA, AMG auf den Hof. Ja, das sieht bei uns aber auch so aus. Die fahren... Autos, nice. ...autos, so Audi-Combis, ne? Mhm. Aber einfach mal oben auf Parkplatz parkt einer mit dem Audi R8. Ja. Prioritäten setzen, nennt sich das. Aber, Ben kennst ja schon mein neues Auto, von daher. Ja, hab ich schon gesehen. Ich muss erstmal nen Führerschein machen, du Lappen. Hat er doch, oder? Hast du nicht nen Führerschein können? Ja, sonst könnte ich auch kein S5 fahren. So, ein Spell brauchen wir noch. Das ist ja auch nicht deiner. Den hast du dir nur bei, bei, bei... ...Liefer Speed. Nein! Das stimmt nicht. So, hat der neue Secret gespielt? Counter-Spell, bla bla bla. Ne, hat er nicht. Eins, nice. Ups. Jetzt kommt die zweite Obsidian-Statue noch raus. Uuuuh. Neun, steht ein Dino aus dem Deck eures Gegners neuner? Neuner passt. Von bis zum 18, 18, 30 ist sie wieder hier, noch? Bis zum 18, 18, 30. Weil ich dann erst wieder hier bin. Äh, aua, bin da scheiß Kuchen essen oder sowas. Ja. Ja. Scheiß Kuchen essen, ich gucke dir gleich mal scheiß Kuchen, doch. Ich weiß so, alle würden nur unter Kuchen essen gehen, was wir anderes verstehen, aber Jan geht's wirklich nur um den Kuchen. Ja, ist wirklich so. Ja, das ist... Ich gehe jetzt zu meinem besten Schwumpel und seiner Frau, also... Ja, also wir sind eine Frau. Außerdem heißt das andere Kaffee trinken. Dann geht man nur Kaffee trinken. Oh, Kaffee trinken, Kuchen essen, ist das gleiche. Also zu dir hat eine Frau nachts schon gesagt, kommst du noch mit hoch auf die Kuchen oder was? Ja, sicher. Er hätte jetzt noch was dazu gesagt, aber noch ist der Stream nicht ab 18. Ja, noch bitte nicht. Doch, der Stream ist ab 18. Echt jetzt? Den habe ich seit Anfang an auf 18, klar. Hört sich irgendwelche Wörter fallen oder sowas, die nicht sein sollten? Na klar, spielen wir aber momentan eher Diablo. Möchtest du ein Stück... Ein Stück Pfleumen... Pfleumenkühlchen? Pfleumenkühlchen? Pfleumenkühlchen. 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 Ich hoffe, ihr behindert seid. Ich habe keinen Diener mehr im Deck, alter. M-m-m. Oh, hat es den falschen Diener erwischt. Na klar, kann ich Kuchen und Kaffee, also Kaffee und Kuchen würdigen. Warum kann ich den Kaffee und Kuchen nicht würdigen? Wenn meine Oma mich zum Kaffee und Kuchen einlädt, dann finde ich das schon cool, ne? Weil die macht mega geilen Kuchen. Siehst du? Und das ist jetzt nicht zwei Leute gemeint. Aber jetzt wird es eklig, Con. Oh, Con. Ich kann einen Weg biegen. Oh Gott, ich lach schon wieder zehn hier. Oh. 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 Ben, wann bist du weg? Äh, weiß ich noch nicht. Lina scheint gerade irgendwie zu pennen oder sowas. So, ich habe eh keinen Diener mehr im Deck. Zwei Spells noch. Alle verlassen sie mich. Fünf. Fünf. Was ist denn mit Pogo überhaupt? Der war gestern auch schon wieder. Einfach Spuren und zerschwinden. Na, ahnung, Mann. Der Typ spinnt manchmal. Hat er nicht gesagt. Hab ich gesagt. Guckt er zu? Nein. Schade. Hm. Oh. Schade. Dumm gelaufen. Hm. Oh. Oh. Entschuldigung. Zwei, vier, sechs, acht, neun Karten. Scheiß drauf. Ah, zehn. Ja, deswegen wollte ich sie ausspielen. Scheiße. Hm. Potion können wir kriegen. Shadow Vision wäre scheiße. Reserved. Die beiden wären noch kacke, wenn wir die kriegen. Der geht noch nicht mal an sein Handy. Mai, oder was? Ja. Ich mach jetzt ein Video anruf. Oh nice, können wir machen. Du hast ja die Handynummer seiner Mutter. Ruf da an. Hab ich nicht. Er hat doch dich nicht folgen. Gestern mit der Handynummer von seiner Mama angerufen. Gibt es Ärger? Das war's. Ein Spell und zwei Spells. Feiss. Mit was hat er sich denn, äh, selbstständig gemacht? Wer hat sich selbstständig gemacht? Keine Ahnung, der Gusto hat beschrieben, dass ein Arbeitskollege von Ihnen selbstständig gemacht wird. 450 Euro wär doch nice. In der Gastro, der gut Gastro scheiße. Ja. Ja, so hast du nur Stress und scheiß Arbeitszeiten. Denn lieber so wie wir, Schichtarbeit, aber dafür geregelt. Fokus mit dem Sand in dem Schlüpper beschäftigt. Oder keine Schicht und geregelte Arbeitszeiten.